25 Grad im Oktober. Dieser Oktober kann in Österreich wirklich die Rekorde springen. Bereits jetzt steht fest, dieser Oktober gehört nämlich zu den wärmsten aller Zeiten in Österreich. Die Woche wird für diese Jahreszeit wieder ungewöhnlich warm, eben bis zu 25 Grad und viel Sonne werden erwartet. Am Donnerstag weht der Wind nur schwach und kommt dann meist aus Ost bis Süd. Und die Frühtemperaturen, die liegen bei 4 bis 11 Grad und am Nachmittag steigt die Temperatur dann auf sehr milde 16 bis 23 Grad an. Am Freitag, da dauert der Hochdruckeinfluss noch an und die Frühtemperaturen bewegen sich um die 6 bis 12 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann 16 bis 25 Grad. Ja, aber nicht nur bei uns ist es viel zu mild. Auch in Spanien wurden nun extreme Temperaturen registriert. In Granada, in Andalusien wurden 35,3 Grad gemessen und der alte Rekord, der lag bei 33,7 Grad. Also deutlich über 30 Grad gab es auch im Baskenland im Norden Spaniens. Jedenfalls diese Woche heißt die Winterjacke, die kann noch im Schrank bleiben.